wir starten einfach mal mit dem modell simply canvas eine mega hochwertig aus canvas stoff gefertigte tasche wir haben kleine kunstleder elemente die das logo praktisch abdrucken und unseren ja slogan stay loyal denn wir sind für mehr loyalität und mehr gemeinschaft im jurastudium du hast einen trageriemen direkt dabei wir haben einen kleinen schlauen spruch für dich in die ecke geschrieben es gibt insgesamt fünf verschiedene schau mal welchen du bekommst und was wir ganz ganz besonders wichtig fanden ist wir haben die seiten der taschen nach oben gezogen so dass der schönfelder wirklich gut darin hält und man die tasche mit dem schönfelder nutzen kann des weiteren haben wir den griff oben absolute welt neuheit würde ich fast sagen wenn wir nicht im schönfelder game werden werde es wahrscheinlich sogar noch der passende term wir haben den verstellbar gemacht das heißt er senkt sich ab und wenn du die tasche greifst wir haben jetzt hier kein schönfelder drin und wenn du die tasche greifst dann hast du wunderbar den platz darin und er hebt sich wunderbar ab der punkt ist warum wir das gemacht haben ist eigentlich ganz einfach wenn du denkst dein gesetz auf dem rücken liegen hast um es zu kommentieren dann stört natürlich so ein henkel und so senkt er sich wunderbar ab und es verschwunden kommen wir zur absoluten lieblings tasche unserer studenten nämlich der schwarzen schönfelder tasche das liegt daran dass sie einfach so unfassbar zeitlos ist dass du sie in der kanzlei tragen kannst aber auch in der uni bei deinem praktikum wo auch immer du bist eine schwarze tasche geht einfach immer wir haben sie in zwei ausführungen einmal mit federmäppchen und einmal ohne ich stelle dir jetzt hier kurz die ohne vor weil zu dem mit kommen wir später noch wir haben lesezeichen reingemacht diese sind modular das heißt du kannst sie abnehmen wenn sie dich stören oder aber sogar zusätzliche hinzufügen um praktisch noch mehr flexibilität zu bekommen das was die auffindbarkeit der normen angeht ebenfalls haben wir hier die laschen für das gesetz sehr weit hochgezogen so hält es auch alles ganz safe wir haben sowohl für die simply canvas als auch für die schönfelder tasche in schwarz ohne federmäppchen eine tasche hinten eingefügt so dass du dein handy oder ähnliches perfekt einschieben kannst und es nicht mehr verlierst und es einfach immer griffbereit hast kommen wir zum absoluten herzstück unserer schönfelder tasche zur absoluten innovationskraft nummer eins und das ist tatsächlich das federmäppchen ich habe mir gedacht damals wie ich studiert habe jetzt habe ich mein erstes examen bereits abgeschlossen und bald auch mein zweites habe ich das problem gehabt ich hatte das kommentierwerkzeuge regelmäßig vergessen wie ich in die bibliothek marschiert bin so haben wir jetzt einfach alles immer dabei wir haben stifte die wir einschieben können wir haben platz für ein lineal wir haben platz für textmarker oder radiergummi und spitze alles dabei wird festgehalten von zwei sehr festen magneten ebenfalls wenn wir diese taschen reingehen haben wir wieder die federmäppchen lesezeiten ich demonstriere das ganze noch mal das schöne ist wir nehmen jetzt das gesetz schieben das hier rein so wenn es gut sitzt haben wir praktisch für euch direkt mal die demonstration wir können hier die lesezeichen wunderbar reinlegen dadurch dass sie eben gleich so flach und lang sind passen sie sich perfekt in die seiten ein und wir haben unten direkt ein bänzler an ich versuche euch das mal zu zeigen wir haben das bänzl praktisch verstärkt so dass du es immer sehr schnell wieder findest und es dir auch nicht immer durchrutscht wie du siehst modular kann man abnehmen kann man wieder dran klipsen ganz einfach klappt den schönen felder zu die bänzl haut mal rein hat einen wunderbar verpackten schönen felder jetzt zeige ich dir noch wie man ihn ideal trägt so fühlt sich praktisch wunderbar der gif aus man hat genug platz ich meine riesige hand muss man dazu sagen und am ende senkt er sich wieder schön ab das soll es von mir soweit gewesen sein ich zeig dir jetzt noch ein paar videoaufnahmen von den taschen paar detailaufnahmen und dann freue ich mich wenn wir dich neue auf deinem studienweg begleiten dürfen und dir deine schönfelder etwas leichter machen können bis bald dann moritz vom team